Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dr. Volker Blau. Ja, Sie dürfen gerne darüber schmunzeln. Und wie ganz ehrlich? Ich hätte es schon gepackt, keinem ist was passiert. Die Welt, die hätte sich weiter gedreht und ich musste nicht hier in dem Kurs herwitzen. Sie empfinden diesen Kurs also als Bestrafung? Nein, ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich verstehe auch gar nicht, was es dir bringt, jedes Mal noch einen zu trinken und noch einen zu trinken. Wir machen eine Wette. Ich trinke keinen Schluck Alkohol, bis ich meinen Führerschein wieder habe. Einen Monat ziehst du es durch, länger nicht. Eine, maximal zwei Wochen hast du gute Laune. Und danach geht es bergab und du wirst jeden Tag unausstehlich hören. Warum ist der Mann so böse? Ich lebe jetzt gesund, ich mag es nicht besonders. Und weil ich es nicht besonders mag, bin ich nicht gut drauf. Und weil ich nicht gut drauf bin, habe ich schlechte Laune. Weil ich schlechte Laune, bin ich ein Arsch. Und warum lebst du dann gesund, wenn dir nichts mehr Spaß macht? Das ist eine berechtigte Frage. Jeder respektiert dich, wirklich jeder. Nur du selber, du respektierst dich nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Mann. Wenn Sie das Gefühl, das Sie jetzt haben, mit einem Satz beschreiben müssen, wie lautet dieser Satz? Der Rest ist so viel mehr. Ich habe nur zwei Gläser Sekt getrunken. Wie erklären Sie sich dann, dass Ihr Blutalkoholwert bei 1,6 Promille lag? Messfiele?